Schöner wird's nicht mehr. Es ist Freitag und es gibt heute ein Video mit Power Ranking und lass mal tippen. Irre. Servus Bremen-Fans. Ich bin der Basibé, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Wir beginnen am Anfang. Alles andere wäre ja auch Quatsch und das ist wie immer der Blick auf das Power Ranking von letzter Woche. Da war natürlich Leverkusen ganz weit vorne und der SV Werder Bremen auf vier. Das zählt ja hier nur und auf der linken Seite aber, also über mir, die aktuelle Rückrundentabelle. Es sind also sechs Spiele und ja, der SV Werder Bremen ist da trotz dieser komischen Niederlage, wollte ich fast schon sagen, gefühlten Niederlage gegen Darmstadt immer noch auf Platz drei. So soll es sein. Aber eben wieder Hinweis, vielleicht mal kurz drüber gucken über die komplette Rückrundentabelle, denn auch das wird natürlich direkt oder indirekt Einfluss auf das Power Ranking geben. Wenn also Leverkusen auf eins, Stuttgart auf zwei, Dortmund auf vier, Berlin auf fünf, starkes Berlin, Bayern auf sechs, Augsburg auf sieben, Bochum auf acht, immer noch, obwohl sie 18-0 verloren haben, Heidenheim auf neun, die unentschieden Könige Leipzig auf zehn, Frankfurt auf elf, Hoffenheim auf zwölf, Köln auf dreizehn, Wolfsburg auf wie immer, auf schwachen 14, Gladbach auf Platz 15, trotz hohem Sieg, Mainz 16, Freiburg auf Platz 17 der Rückrundentabelle und Darmstadt, das natürlich gegen Bremen vier Punkte holt und sonst gegen niemanden punktet, warum auch nicht. Lasst uns starten mit dem Power Ranking nach dem 23. Spieltag. Über mir seht ihr den 23. Spieltag nochmal so als Reminder und ganz oben natürlich auch die Tabelle. Und auf der rechten Seite starten wir mit dem Power Ranking. Es geht wie immer von unten los und das ist Freiburg. Ihr habt das ja gerade gesehen. Sie sind Vorletzte in der Rückrundentabelle, verlieren gegen Augsburg, auch gegen die sollte man eigentlich gewinnen oder zumindest einen Punkt holen, gerade wenn man Freiburg heißt und wenn man eigentlich um die internationalen Plätze spielen will und es auch immer noch tut. Man ist ja neunter, also in Riechweite. Wolfsburg, ja, Wolfsburg. Wolfsburg, mein Gott, sind die schlecht. So ein teurer Kader und so schlecht dastehen. Mich wundert es immer wieder, dass der Trainer immer noch da ist, wo er da ist. Aber vollkommen zu Recht auf Platz 17. Ich strafe sie ein bisschen ab. Frankfurt, ja. Frankfurt gegen Wolfsburg 2-2. Das war ein Spiel. Beide Mannschaften müssen besser stehen. Ja, Frankfurt ist sechster. Ich glaube schon seit ewigen Spielzeiten, nicht Spielzeiten, sondern Spieltagen. Aber zufrieden ist hier, glaube ich, keiner. Und das zeigt auch, dass die Bundesliga alles, was nach Platz 5 kommt, wirklich schwach ist. Da kann jeder jeden schlagen. Und man sieht es nur, Bochum ist auf Platz 15, hat auf dem Platz 7 fünf Punkte Rückstand. Also Platz 7 bis Platz 15 ist eigentlich eine warmte Masse, eine Suppe. Und wenn du da zweimal gewinnst, bist du oben, verlierst du zweimal, bist du halt auf einmal unten. Gladbach hat einen auf dem Papier tollen Sieg gegen Bochum eingefahren. Ein sehr hoher Sieg, sehr überraschend in meinen Augen. Aber, ihr habt das ja in der Rückunterbeile gesehen, da ist noch lange nichts toll. Gladbach will auch mehr wie Platz 12. Und daher ist es nur ein kleiner Sprung von 17 auf die 15. Mainz, ja. Mainz verliert knapp gegen Leverkusen. Das alleine würde zwar nicht einen Absturz von 10 auf 14 irgendwie erklären. Aber Mainz braucht einfach Punkte. Aktuell ist es ein Dreierrennen um den 16. Platz. Und da zählt jeder Punkt. Der wäre ein dreckiger Punkt in Leverkusen. Sehr, sehr toll gewesen. Haben sie nicht geholt. Und daher muss ich sie abstrafen, denn jeder braucht da Punkte, Punkte, Punkte. Obwohl natürlich der Gegner bockstark ist. Das muss man klar sagen. Ach ja. Hoffenheim ist auf 12, fällt von, äh, nicht fällt, von 16 nach 12 nach oben, weil sie eine absolute Überraschung machen und sie gewinnen gegen Dortmund. Und ich weiß auch nicht, was in Dortmund los ist, aber Dortmund macht eben Dortmund Dinge. Bayern gewinnt gegen Leipzig. Das ist sehr gut. Aber die Form und auch wie das ganze Gemengelage bei Bayern ist, bin ich noch lange nicht überzeugt. Und daher ist es ein sanfter Sprung von 18 auf die 11. Dortmund, ja. Dortmund macht Dortmund Dinge, habe ich schon gesagt. Also gegen Hoffenheim verlieren ist als Dortmund in der Situation daheim nicht erlaubt, nicht möglich. Und daher vier Plätze runter. Und dann habe ich das Ranking schon gestern gemacht. Eigentlich muss ich sagen, sogar fast nicht von mir. Nur so wenig. Leipzig verliert einen Platz, weil sie gegen Bayern verloren haben. Normalerweise würde man sagen, ja, gegen Bayern daheim darf man verlieren. Naja, ob das aktuell so ist, weiß ich nicht. Das, ich glaube, alles hat sich schon auf einen Unentschieden eingestellt. Dann haben sie dann doch noch verloren. Aber sie waren da lange Zeit auf Augen gehört, ich das Gefühl. Daher ist es ein sanfter Absturz um einen Platz. Bochum verliert auch drei Plätze. Natürlich war die Niederlage sehr hoch, unerwartet hoch. Aber Bochum ist, ich glaube immer noch in der, ich glaube 8. Da waren sie in der Rückrundtabelle, immer noch in der ersten Hälfte. Und daher sage ich, ja, die Niederlage tut weh. Aber einmal darf man als Bochum verlieren. Sie haben sieben Punkte auf Redukationsplatz und zehn Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Nach dem 23. Spieltag hätte sie auch kein Mensch gedacht. Daher ist da noch alles okay. Und wenn sie das nächste Spiel gewinnen, dann sind sie zurecht. In der ersten Hälfte in meinem Power-Ranking. Augsburg holt am Schluss noch einen erkämpften Sieg der Moral. Ein typischer Augsburg-Sieg, würde ich sagen. Ein typischer Sieg, warum Augsburg seit 10, 12 Jahren in der Bundesliga bleibt. Weil sie dann so ein Gegner einfach daheim schlagen, das dann auch noch drehen. Obwohl wahrscheinlich keiner damit gerechnet hätte, dass sie dort gegen Freiburg gewinnen. Glückwunsch. Platz 7. Köln auf Platz 6. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt. In dem Dreierkampf und Relegationsplatz zählt jeder Punkt. Gegen Stuttgart ist das stark. Köln ist in der Rückrundtabelle gar nicht so schlecht. Und sie holen Punkte. Und eigentlich heißt es so oft, im Abstiegskampf bringt ein Punkt nichts. Aber hier, in diesem speziellen Fall, bringt ein Punkt, was gerade gegen starke, arrogante Stuttgarter. Platz 5 ist Heidenheim, die unentschieden Könige. Die gegen ein starkes Berlin. Die sind jetzt noch nicht erwähnt worden. Daher die sind Top 4. Mein Power-Ranking vollkommen zurecht. Muss man erstmal einen Punkt holen aktuell. Und Heidenheim holt ja quasi alles mit unentschieden. Und daher ihr Lieblingsergebnis. 2 zu 2. Ja, ich will das ja immer objektiv gerade zu dieser grünen Mannschaft machen. Aber ich finde, also Leipzig hat verloren. Gehen wir von unten nach oben. Bochum hat verloren. Augsburg hat gewonnen. Kommt auf den Platz 13. Köln spielt unentschieden. Heidenheim spielt unentschieden. Bremen spielt unentschieden. Das spielt alles unentschieden. Die oberen Mannschaften aus meinem Power-Ranking haben fast alle nicht gewonnen. Warum dachte ich mir? Weil statistisch gesehen war mir die beste Mannschaft. Ich weiß, Darmstadt muss ein Tor schießen. Blöde Handregel. Bla, 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 bla. Wir waren die bessere Mannschaft. Und daher ist der 4. Platz absolut gerechtfertigt. Klammer auf. Rückrundtabelle. Immer noch Platz 3. Klammer zu. Für alle, die es nicht wahrhaben wollen. Auf Platz 3 ist Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Sie sind zum Beispiel aus dem DFB-Pokal raus. Aber auf jeden Fall ist ihre Formkurve... Wie ich es letzte Woche schon öfters gemacht habe. Auf jeden Fall nach oben. Auch wenn es nur ein Unschienen ist. Gegen Heidenheim darf man auch mal Unschienen spielen. Aber die Form geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Gute Entwicklung. Chapeau. Und oben bleibt auch alles gleich. Stuttgart kann seinen Platz 2 mit einem biederen Unentschieden halten. Warum? Weil einfach in der ersten Tabellenhälfte zu wenig Mannschaften gewonnen haben. Stuttgart hat da einen Arroganzanfall gehabt. Aber andererseits holen sie dann einen Punkt gegen eine Mannschaft, die jeden einzelnen Punkt braucht. Das heißt, sie haben einfach eine gewisse Grundqualität. Und daher vollkommen zu Recht auf 2. Und mit weitem, weitem Abstand aktuell. Auch wenn der Sieg ein bisschen dreckig war. Weil es zwei Torbehüterfehler war. Also eineinhalb auf jeden Fall. Aber Leverkusen gewinnt die Dinge. Und die muss man dann gewinnen, um Meister zu werden. Und aktuell sieht alles danach raus. Daher Leverkusen mit deutlichem Abstand in meinem Power-Ranking nach dem 23. Spieltag. Spitzenreiter. Glückwunsch. Übersicht. Mannschaft in schwarz markiert heißt. Gleich geblieben. In SV Werder Bremen grün geht es nach Rom und Rot geht nach. Und ihr kennt das Spiel. Habt jetzt kurz 3 Sekunden Zeit, dieses Meisterwerk anzusehen. 3, 2, 1. Wir blicken zurück auf den 23. Spieltag. Wie habe ich getippt? Katastrophal. Wir können glaube ich festhalten, mit der Erfahrung aus dieser Saison. Meine Tipps dienen dazu, dass ihr genau kontraproduktiv tippt. Um vielleicht etwas Geld beim Tippspiel zu gewinnen. Oder Punkte. Wer auch immer was macht. Ich habe von 9 Spielen 2 die Tendenz richtig. 7 Mal die Tendenz falsch. Warum mache ich das hier eigentlich? Weil es Spaß macht. Wir fangen an. Neues Spiel, neues Glück. 24. Spieltag. Drüber ist die Tabelle. Let's go. Erstes Spiel Freiburg gegen den FC Bayern München. Ein ganz klares 3-1-Auswärts-Sieg. Weil Freiburg einfach nicht gut genug aktuell ist für die strauchelnden Bayern. Berlin gegen Dortmund. Terzic wackelt. 2-1 Heimsieg für Union Berlin. Daran glaube ich wirklich. Mainz gegen Gladbach. Das kann nur ein biederes Unentschieden werden. 1-1. Bochum. Ihr seht schon. Wir machen das schnell durch. Pam, pam, pam. Bochum gegen Leipzig. 0-3. Ich glaube, dass Leipzig da deutlich gewinnen kann. Obwohl Bochum richtig stark war. Egal. Wir bleiben dabei. Heidenheim gegen Frankfurt. Das kann nur ein Unentschieden sein. 1-1. Darmstadt gegen Augsburg. Das kann auch nur ein Unentschieden werden. 2-2. Topspiel. Samstag. Wolfsburg gegen Stuttgart. Das hört sich doch an. Joko Sel. Kovac. Es wird eng. 3-1 gewinnt Stuttgart. Auswärtssieg. Und lässt das schwache Heimspiel gegen Köln vergessen. Apropos Köln. Gegen Leverkusen. Das ist doch so eine Art Derby, oder? Geografie war ich schon immer richtig stark. Ich glaube, dass sie ziemlich nah beieinander sind. Ne. Leverkusen und Gladbach sind, glaube ich, die, die sie gar nicht mögen. Aber Köln und Leverkusen. Die Gör. Ist doch alles das Gleiche. Natürlich nicht. Köln gegen Leverkusen. Fußballisch trennen sie Welten 0-4. Bayern 0-4 Leverkusen. Selke kommt zurück. Vielleicht macht er ja noch eins. Und hoffen wir gegen Bremen. Dafür gibt es ein neues Video. Ich weiß noch nicht genau wann. Eigentlich müsste das heute kommen. Vielleicht kommt es auch morgen Vormittag erst. Wir werden es sehen. Ich bin sehr beschäftigt. Wie gesagt, überschüttet mich mit Geld. Dann kann ich weniger arbeiten. Und kann mich mehr für diese Videos, wie heißt das, konzentrieren machen. Und dann kommen auch mehr Videos. Und mehr und schneller und toller und schöner. Und wer auch immer. Ich drücke hier auf nach. Cursor-Taste nach rechts. Es geht nicht weiter. Das war meine letzte Grafik. Und damit sind wir dann auch schon fertig mit dem Video. Power Ranking. Und danach die Tipps. Die keiner braucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und den Rest machen wir auf dem großen Bildschirm. Da sind wir auch groß. Servus Bremen-Fans. Ich bin der Bassi B. Bremen-Fan aus Bayern. Und darum auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss. Kein Moin. Der SV Werder Bremen bleibt im Rennen. Um Europa. Sondern Servus.